Also, was ist seine Schuld? Es ist alles Max schuld. Da! Wer hat alles? Ich frag nicht. Max! Es ist immer Max. Max? Max ist weg. Oder er ignoriert uns. Oder weil er uns abkackt. Ich glaub er letztes. Nee, weil da steht nur doof da. Okay, tut er immer, aber... Jetzt hat er einen doofen Ausstrahlung. Jetzt hat er einen Hänger in Sicht. Du wolltest einen Obsidian Potion. Ja. Ich hab nur noch einen. Dann geb den mir. Ich hab irgendjemand drei Stücke gegessen. Ja richtig, ein Bobo. Ja, frag doch einen Bobo. Bobo, gib mir deine drei Obsidian Potions. Obsidian Potions? Ja. Ich würd da erst mal drunter fallen. Ich hab vorher gesagt, ich hab bloß zwei. Hab ich schon zwei oder drei Mal gesagt. Dann gib mir Heidi zwei, Mann. Nein, ich mir auch, Heidi. Was ist das? Oh, ich stirb's. Oh, ich stirb's. Help mir! Oh mein Gott, der Wurm tötet mich! Das ist schön. Wie soll das funktionieren mit dem Abbremsen? Ich hab's nicht, ich krieg das ohnehin nicht hin. Boppelsprung! Einfach nur noch flertig! Moment, hast du das, hast du das Cloud in der Bottle dir überhaupt in deine Accessoires zogen? Ich hab's in der Hand, ja. Du sollst das nicht in der Hand sein, du sollst dir in die Accessoires? Ja, okay. Wenn du Escape drückst, dann steht rechts, steht hier Accessoires. Und da ziehst du das bitte mal raus. Oh, okay. Und wie oft kann ich das nutzen, nur einmal? Ja, wie du willst. Ja, einmal versprung, und dann komm ich wieder auf den Boden, und dann kannst du ihn wieder benutzen. Was? Bad State, hier. Dankeschön, mein Kleiner. Du bist wenigstens hilfbereit im Gegensatz zu anderen Leuten hier. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich mach halt den Tunnel breiter, dass andere Leute hier ne ganze Zeit verreckert. Hast du langsam, Lommi. Ich bleiben. Ich stecken bleiben! Ich steck's. Geil, Bobo. Das war jetzt fies. Aber es ist doch die Wahrheit! Mach's doch klar, dass du das kommst. Ey, ich muss Wasser auffüllen. Was ist denn am Ende, was los? Du bist scheiße. Mir hat's kaputt gemacht. Ach, mir hat's kaputt gemacht. Wir! Ja! Ja! Das ist ja was Neues. Juhu, es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Der doofe Jump. Juhu, wenn du zu doof bist, kannst du fliegen. Hallo! Hallo! Er traut sich gar nicht zu laufen! Wo soll ich hin? Jump ein bisschen rum. Da wohl nicht hin. Das ist ein Lava-Qualer. Ich leuchte! Das ist ein Lava-Qualer. Könnte es sein, dass ich mein Laptop schon... ...ja, drei Tage Laptop habe? Was? Sag du die Fresse, ey. Was? Was hast du gesagt? Ja. Ich? Das er schrottet seinen App-Talk. Ja, okay, wenn du das so... Aber bei Max irgendwie... Ich kann gar nichts machen, das ist voll langweilig. Ja, das waren jetzt drei Sätze und keiner davon hat ihn anfangen. Und vor allem, sie habe ich kein Wort davon verstanden. Bei mir ist Max irgendwie leise. Ja, Max wird irgendwie gerade ein bisschen leise. Weil ich ja voll Honk hatte denn jetzt schon wieder die scheiß... Uhhh! Wirklich? Max schämst du dich für deine Stimme. Was denn? No, warum? Weil du so leise bist? Besser? Nein, viel zu laut. Es ist zu laut. Also. Hau jetzt. Ja, so ist das okay. Max, was hast du denn denn gerade für Probleme kennen? Okay, was ist schon los mit dir? Bräuchte jetzt leere Flas- Ach, ne, ich muss das ja schon hinstellen. Uh, ich bleib flüssig. Wow, Terraria läuft bei dir flüssig. Lava? Ja, so alt. Ganz gut, mein Inneres ist stabilisiert. So, Pete, jetzt hab ich 16 Obsidian Skin Potions. 16 Stück! Ja. Gib mir mal zwei, auf Orsonia. Was hab ich jetzt macht? Du warst anwesend. Boah, jetzt ja oder nein? Ich bin schon keine Mann, ich bin schon irgendwo. Aber mir ist es egal, das ist Standgegen. Aber mir kannst gar mal eine Gerbe. Na, ich komm schon runter. Ich falle. Oh, Luft! 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 Ja, ich komm schon runter. Ich brauch Luft zum Überleben. Es gibt für dein Item, da brauchst du... Da musst du nicht mehr atmen. Also... Nicht voll lol. Da kannst du auch in Lava dann überleben. Aber... Ohne Obsidian Skin Potions. Na doch, mit Obsidian Skin Potions. Aber du kannst halt ewig dabei bleiben. Also... Ja, bis halt die Obsidian Skin Potions dann sind. Ja, wenn halt mal 16 mit... Ah, ich wurde probiert! Sollen wir ihn töten? Ich hätte den vorher fast alleine gepackt. Ihr habt den ganze Zeit aus dem Leben abgezogen. Sollen wir's versuchen? Aber gib mir doch vorne die Obsidian Teile. Ja. Dann können wir wirklich parken. Ich hab keine Fremdkampf... Abs... Nö, ne, ist nicht... Du willst, du willst, du hast meine Handgun. Ich hab ihn doch die Handgun selber für mich. Ja, aber ich hab kein... Hab ich nicht. Aber ich hab für keine Munition dafür. Da war Munition drin. Hier hundert nochmal. Nein, jetzt hab ich noch mal hinkommen. Der hat bloß umgeviert, die Handgun. Ähm... Bobo kommst du auch runter? Ja. Ich kann ihn nicht. Ja, ich kann ihn nicht. Ach, ich kann ihn nicht. Stimmt, Bobo. Sie haben Hunger. Ja, ähm... Wenn ein Hund, kannst du eh in eine Tüte schlägen. In eine Tüte. Ja, aber er ist wenigstens anwesend. Das lohnt sich schon. Okay, lass ich anfangen. Wo? Ja, Bobo? Ja oder nein? Nein. Lass die Augen rein. Runterkommen, wir machen Waterflash. Waaah, wir müssen wieder ganz zurücklaufen. Verstaunt. Lock dich kurz aus und lock dich nochmal ein. Das sind so scheiß Demons. Dankeschön. Kein Problem, mein Kleiner. Wir beschützen dich. Ich hab die beste Rüstung von allen. Äh, weil du auch ein kleiner Knopf bist. Scheiß, kleinen Lob. Ah, pssst. So. So. Ah, au. So, ich kapsel mich jetzt von euch ab. Ich weiß nicht, es ist nicht unfair. What? Was? Du bist halt da weg, Box. Ha, du bist halt da weg, Box. Peter hat gesagt, ich soll jetzt runterkommen. Ich hab gedacht, du hast alles weggemacht. Wie alles weggemacht? Peter hat gesagt, ich soll runterkommen. Ich hab keine Begründung. Doch, ich. Nein? Außer wenn du gerade fälschst und links bleibst, fälschst du wirklich komplett durch. Ja, wenn links was, dann hab ich gedacht. Du hast es runtergekommen. Ja, das haben wir alle mal. Das haben wir alle mal dacht. Aber es ist leider nicht so. Nein, es ist früher. Vorher hab ich das nicht gedacht. Da hab ich sehr groß. Und jetzt ist es immer nur. So ist es so schnell wie möglich runterkommen. Aber nein. Da ist es eine Stelle, wo vier sind und dann wieder drei sind. Ah, es sind immer nur drei. Nein, aber da gibt es wirklich eine Stelle, wo es vier sind. Ja, vielleicht zwei Meter. Wo bist du? Oh, kein Schuss. Ah, oder wie das leckt gerade oder? Ey, was leckt? Das ist schwer oder so. Mal gucken, wenn du so nimmst. Auf was leckt denn? Wie auf was leckt denn? Ja, leckt auf deinem... Nippeln. Soll ich denn okay, was denn ausstecke? Nein, bitte nenn meinen Bobo. Sorry, aber das musste jetzt irgendwie sein. So, jetzt muss ich auf jeden Fall sehr schnell sein. Da unten, da fällt gerade auf, Passe. Wieso? Waaah! EIS! Wo guckt oder was? Ja, du sagst schon nur deine Auf, Passe. Oh, jetzt auf jeden Fall da mehr Bobo ich denn. Jetzt nicht mehr Rennen. Wieso? Oh, ich guck mal nach oben. Ähm. Und? Achtung, da kommen rote Pixel runter. Der Angriff der roten Pixel. Oh, nein. Komm, rote Pixel. Ich bin jetzt Tetris oder so. Tetris! Die ist gleich mal sterben. Äh, Humpi, ich das war jetzt noch nicht runterfallen. Los, komm jetzt! Komm! Komm! Los! Jetzt! Okay, ich komm. Komm! Der hat keine runter. Loll! Au! Na hab ich gesagt, sehen! So, jetzt ist wirklich komplett drei Blockbreit. Oh, mit Erde! Oh, Junge! Oh, was soll ich denn? Okay, ich hab ja fast kein Leben mehr. Ich hab ja fast kein Leben mehr. Wie? Was machst du? Nein! Hat's jetzt safe? Nein, es hat nicht safe. Was safe? Schützt mich mal. Wie? Was macht denn der Zombie da drin? Was sind so viele Zwiebeln? Ein Bobo ist auf jeden Fall gleich mal tot. Ich bin schon lang tot. Junge! Die Hälfte doch. Ja, ich mein ja, die Viecher. Max, du wirst schon nicht sehen, dass es jetzt ganz genau greift und mal runter geht. Alter! Pete, geh mal genau von da, genau, geh mal da weg. Geht einmal weg! Weg jetzt! Kann ich nicht! Weg jetzt! Sind's fälschend Lava? Ja! Ich hab's gesaved! Jetzt guck auf das... Was machst du? Guck auf den Grabstein da! Also, komm! Der Monster, oder? Ja! Okay, wer will das Ritual beginnen? Ich will reinwerfen! Ich will reinwerfen! Ich will reinwerfen! Okay, dann komm hin! Dann komm hin! Komm hin! Komm hin! Was?! War er vielleicht! Du verrückter! Wie kommst du dir in die Gegend? Du verrückter! Der Spieler! Schießt! Schießt drauf! Ich kann es in Ruhe, du. Du meinst schon, dass die nur noch 6200 hat... Wo ist das? er ist schon, dass es mir doch nicht aussteilt Hau, ich bin doch nicht gefallen! was ist das? was ist das? das tut dann vollkommen auf Flash wieso denn jetzt beschönnt das mit einer Hard Mode? ja ja, aber was soll man denn aber da kriege ich vielleicht meine Laserrefle dann was soll man denn sonst in dem in dem Noobiger Mode, in dem Pussy Mode hier noch machen? vielleicht die bessere Richtung für Philipp Ohne! Nein! Stimmt! Oh mein Gott, ich muss weiter zurück! Ich sterb, ich sterb, ich sterb! Nein, du schnitt nichts! Ah! Oh, oh, ich bin tot! Oh mein Gott, ich bin vorbei! Beat, ja, du hast weiter! Komm, ich schaffe dir das! Komm! Ey, ich schaffe das! Nein! Das war's im Leben! Ah, nein, nein, nein! Ah, hier wird echt! Der noch neihundert tut, ist verstoß! Komm, komm! Nein! Sie ist schick! Nein! Was, echt? Oh mein Gott! Scheiße! Noch mal! Ja! Warte, ich muss mir erst mal nichts zu holen! Ich will erst eine bessere Handgang! Ich will auch die Fire-Handgang! Was machst du? Soll ich die auch? Soll ich die auch machen? Ich auch! Hast du die? Ja! Was geht denn? Oh, da! Weißt du schon! Und eine! Wo ist die denn? Komm her! Hier! Das, das reicht! Ja, ich will zu wenig leben! Das, das reicht! Ja, komm! Die kann man doch so in die Gichte stecken! Ja, komm! Krieg ich eine! Oh, nein! Warte mal! Wir haben keine Handgang mehr, Philips! Scheiße! Warte! Was brauchst du denn eine Handgang? Ja, da, bei der, bei... Oh, wo ist die denn? Bei dem kriegst du sowieso... Wer hat's aufgesammelt? Bumperd aufgesammelt! Was? Du hast so ein Bug aufgesammelt! Das ist für Bobo, das ist das... Der... Dem... 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 Geh! 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 Weil dir das gar nichts bringt, weil du keinen Mann anmisch! Wer braucht... Ich! Ja, dann komm her! Äh, ich hab Darttrap noch drin! Endlich! Ah, ja... Ah, das fühlt sich gut...